Jo Leute, da sind wir wieder zurück zu einem neuen Guide von Diablo 4 und ich zeige euch heute, wie man stille Truhen öffnet. Dafür brauchen wir den Flüsterer-Schlüssel und ich zeige euch heute, wie ihr den bekommen könnt. Klickt also gerne mal ein Däumchen hoch oder lasst ein Abo beim Kanal da, denn bei mir findet ihr immer die neuesten Guides zu den neuesten Spielen und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Es ist denkbar einfach. Ich persönlich dachte immer, man muss den Schlüssel irgendwo finden. Und tatsächlich kann man den aber direkt in der Stadt kaufen, wenn man einfach hier zum Kuriositätenhändler geht. Da scrollt man dann ganz nach unten, wirklich komplett bis ganz nach unten und da sind die Flüsterer-Schlüssel. Ja, und die kann man dann hier einfach kaufen gegen quasi Obolus und ihr könnt euch davon so viele kaufen, wie ihr möchtet. Könnt also wirklich das ganze Inventar damit vollpacken. Am besten ist, wenn ihr euch schon mal einige Schlüssel holt, damit wenn ihr unterwegs seid, immer diese stillen Truhen öffnen könnt. Denn es ist meiner Meinung nach so, dass die immer irgendwo anders spawnen. Ich habe damals schon ein paar Truhen gefunden und konnte die dann nicht wiederfinden, als ich in die Welt gegangen bin. Also versucht am besten mal, so viele Schlüssel wie möglich bei euch ins Inventar schon mal zu packen. Ich würde euch so 5 bis 10 Schlüssel empfehlen, dass ihr die immer dabei habt, dass wenn ihr auf eine stille Truhe trefft, die dann auch entsprechend gleich aufmachen könnt. Ja Freunde, und das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis hier beim Kuriositätenhändler in der Stadt. Ich zeige es auch nochmal auf der Karte. Wirklich ganz simpel, einfach hingehen, bis ganz nach unten scrollen und gegen 20 Obolus bekommt ihr dann diese Schlüssel. Könnt ihr euch die einfach kaufen. Obolus gibt es ja immer, wenn ihr gewisse Aktivitäten fertig macht, wie zum Beispiel in solch einen Kreis hier reingeht und dort eben die Aufgabe erledigt. Hier in dem Fall die Gegner platt macht und da bekommen wir jetzt hier zum Beispiel ein paar Obolus, wenn wir das fertig gemacht haben. Und so könnt ihr euch dann die Schlüssel kaufen, aber natürlich auch andere Gegenstände dafür. Ja Freunde, das war es eigentlich schon. Ziemlich kurz und knackig, eigentlich relativ simpel, aber der ein oder andere ist vielleicht nicht drauf gekommen. Deswegen hier nochmal das Video dazu. Ja Leute, ich wünsche euch noch viel Spaß bei Diablo 4. Gerne mal das Däumchen hochdrücken oder auch ein Abo hinterlassen, weil dann sehen wir uns nämlich, beziehungsweise hören wir uns beim nächsten Video. Würde mich riesig freuen und ich sage bis dann, macht's gut, adios und ciao, ciao.